Liebe Freunde, bitte NTV schauen, weil ich habe heute gehört, NTV bringt eine Doku. Und Thema ist, wie die Medien manipulativ in der DDR gewirkt haben. Da war ich echt am Lachen. Ich denke, das wäre mal toll zu schauen, damit wir endlich begreifen, wie gerade unser Fernsehen uns manipuliert und in die falsche Richtung lenkt. Überschrift NTV, Broiler, Bonzen und Bananen. Wie das DDR Fernsehen die Menschen manipuliert hat. Vielleicht endlich mal sowas wie eine Sendung mit der Maus für uns alle, um zu verstehen, wie unsere Presse, unsere Medien uns gerade manipuliert. Vielleicht mal reinschauen. Wird vielleicht ganz lustig.